hallo hier ist der martin von money monkey saß die dachsanlöse für nun mittwoch den dritten ersten 2004 20 und das war eine schöne sauerei zum jahresauftakt unser dachs hat das die geringe volumina genutzt und hier schön quer geschoben man darf es vielleicht auch als glücksbringer werden als symbolischen glücksbringer das schweinchen für das neue ja und im strich natürlich wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden stellen für die meisten ich habe selbst bei denen beobachtet die immer gegen die bewegung hauen dass die teilweise auch wirklich oft ausgestoppt worden hoch wie runter zu auch wenn dann ein trade mal ein bisschen in den gewinn lief und auch länger lief ging das ging das ganz schön aufs eingemachte also wir hatten gestern darüber gesprochen dass wenn der dachs wenn der dachs sich nach oben hebt und einen guten start hinlegt und sich über die 28 drüber drückt dass er dann gut und gerne bis 900 kann und eben auch bis zu 17.000 haben wir gesagt ja und habe kurz vorher sich umgedreht waren wahrscheinlich ihm zu viele dann schon wieder auf der langen seite mit dabei ich weiß es nicht man hat das ziel nicht wahrgenommen kein neues allzeit hochgesetz zur jahreseröffnung man muss auch sagen zu dem zeitpunkt war das für die meisten wahrscheinlich sogar relativ klar dass da ein neues jahres hoch kommt auch wenn ich so bei uns in den chat geguckt habe da waren alle recht zuversichtlich wahrscheinlich waren die meisten zu zuversichtlich dass das eben noch da oben kommt aber ich bin ganz ehrlich ich hätte es auch erwartet ich hätte auch gedacht er macht noch ein neues jahres hoch hätte nicht mehr damit gerechnet dass dann auch diese abwärtswelle raus springt von der wir gesprochen haben wir haben darüber uns unterhalten dass eben zum jahresauftakt der markt auch größere ausschläge in der vergangenheit immer mal wieder präsentiert hat haben uns doch vorbereitet wieder auf der oberseite wieder auf der unterseite laufen kann und haben gesagt wenn schwäche rein kommt dann kann die durchaus haben jetzt nicht mit dem kästchen gearbeitet sondern ich sag mal ich weiß gar nicht wie man es gemacht hat mit lineal oder irgendwie hat man abgetragen hier diese eine abwärtsfälle und haben gesagt wenn er sich abwärts orientiert dann ja bestimmt an der welle und das hat auch getan also von der ausprägung her ist es schon sehr ähnlich aber ist ja eben unten auch nicht ins ziel gekommen und das wäre hier schon fast naheliegend gewesen hier ist nämlich auch noch ein offenes gap gewesen bei 620 hat auch vorher wieder gedreht ja also hat oben vorher gedreht vor der 17.000 hat unten vorher gedreht das heißt die die long waren die wurden nicht so wirklich ins ziel gelassen weil die bestimmt neues allzeitdruck haben wollten die dann short wollten die wollten bestimmt 620 600 oder jedenfalls das sticht darunter haben auch den nicht bekommen also wahrscheinlich ein doch eher undankbarer tag trotz dass er so viel bewegung hatte ja aber ich habe auch bei denen gesehen die immer so dagegen klopfen da waren viele dabei die wirklich entschuldigung und viele dabei die wirklich auch oft immer wieder ins top loss reingehauen haben bevor sie dann eben mal getroffen haben ein paar mehr punkte mitnehmen konnten und dann aber auch vielleicht unten nicht richtig rausgekommen sind das war da hat es sich wirklich ein bisschen mühe gegeben uns ein schönes schauspiel zu präsentieren ich fand es nicht so leicht zu handeln also rein er hat die marken schön angenommen sind alles bekannte marken aber von der erwartungshaltung her hätte ich die kombination so nicht gesehen also nicht von das nicht von so weit oben so tief noch mal runter er hätte wirklich gedacht er liegt hier noch mal ein hoch drüber und wenn er runter geht dass er dann eben auch wenigstens die welle voll macht hat er nicht getan kann aber noch kommen und das wäre jetzt dann quasi wichtig für den mittwoch wenn wir jetzt hier einen channel anlegen und hier einen channel drüber ziehen lasst euch bitte nicht von den pfeilen orientieren die sind von gestern die habe ich nach der geschriebenen andere nach der besprochenen analyse im video ich vergesse dass manchmal einfach die linien zu zeichen dachte ich mir komm mach es mal noch welche rein für die für diejenigen die nur die geschrieben analyse sehen würde ich den fall jetzt aber tatsächlich wegnehmen oder zumindest ein bisschen abwandeln die form dass man sagt auch warte mal ganz schön starker magnetizier dass man sagt also wenn er jetzt noch mal nach unten trudelt könnte hier mal probieren den channel noch voll zu machen das wäre dann im bereich um 16.585 bis ich sag mal hier kommt der gleitende schnurr durchschnitt so im bereich um das wird natürlich jetzt knapp auch am offenen gäbe hier wären wir 530 noch so ein offenes gäbe ja das wird ja interessant tja lässt er das offen macht er das zu das wird aber das wird das wird das wird ein schmalsporakt hier also sollte er nach unten trudeln wäre naheliegend dass er sich mit der channel kann auseinandersetzt natürlich ist so ein gap close da links bei 530 gewissermaßen anziehend sollte aber das gap zu machen müsste sich dann wirklich schnell beeilen um hier wieder hoch zu kommen und wieder im channel zu schließen gelingt ihm das kann nämlich wieder komplett den channel einmal von unten nach oben durchlaufen wieder hochrichtung 16.960 laufen und oben rausgehen ob das ihm am mittwoch aber so in der ausprägung gelingt muss schon fast bezweifelt werden denn es ist immer noch jahreseröffnungswoche und es ist eigentlich fast jedes jahr so der jahresauftakt der hat noch mal ein bisschen so akzent und dann ist wieder seitwärts angesagt so wie es vor silvester war also so wie es zwischen weihnachten und silvester war so ist in der regel auch nach dem jahresauftakt und von daher bin ich gespannt ob wir überhaupt das anspielen aber das wird eine sehr interessante stelle auch die 530 sollte man im blick behalten und dann wird wenn er das dann wirklich spielt jetzt geht ja immer ist es eine art wenn dann analyse ja ich weiß nicht was morgen kommt aber wichtig ist ein szenario aufzustellen zu gucken bedient der markt das läuft er im szenario wenn ja gehe ich mit ja platziere einen stop loss an der kante dessen ja und sobald der markt dieses szenario verlässt dann lasse ich mich ausstoppen gehe raus und halte meine verluste klein ja das ist das das ist wichtig ja mit der bewegung gehen und dabei die verluste klein zu halten natürlich wird der eine oder andere sich am haben die zack gedacht haben alter du wichser was hast du hier nur erzählt wegen dir bin ich hier long drin gewesen aber man muss es eben auch sagen wer hier nach der x3 öffnungskerze long reingegangen ist der ist noch gut 100 punkte und plus gekommen fast ja also das ist eben immer das schöne wenn man mit der bewegung handelt während all jene die hier nur dagegen geklatscht haben erstmals stop loss stop loss stop loss stop loss kassiert haben halt und rund dazu letztendlich auch so ja wer auf die fetten roten kerzen dann hätte ein short gezündet mit stop loss drüber es ist immer wieder egal wenn man dann eben ein kleines stückchen ausgesoppt wird aber es dreht sich so rum einfach leichter und deswegen betone ich das immer und immer wieder auch wenn es natürlich jetzt rückwirkend betrachtet auf den tag so ein bisschen der klassische vorführeffekt ist also wenn man hier die ansage macht ja handelt sich dagegen stellt euch nicht dagegen und dann redet er so nach unten durch das ist natürlich so richtiger stinkfinger für mich ins gesicht aber ich bleibe trotzdem nicht ich werde nicht müde das immer wieder zu erzählen denn es ist einfach so unterm strich ist es ja auch der grund warum die leute zu handeln ja der grund warum die leute sich so gerne so dagegen stellen gegen die bewegung weil sie eben diese erinnerung im kopf haben dass man ab und zu auch mal dafür belohnt wird wie in einem solchen moment eben und dann ärgern sie sich wenn sie dann eben das nicht gemacht haben handeln beim nächsten mal wieder und dann kommt aber wieder so eine bewegungsphase und dann verlieren die leute wieder viel mehr als das was sie in so einer bewegungsphase gut gemacht haben und deswegen ist es besser wenn es andersrum macht wenn man versucht mit der bewegung zu handeln sich dafür aber dann eben auch ausstoppen lässt das gehört zwingend dazu wenn der markt eben nicht mehr das annimmt was man antreten möchte und dann eben nicht die verluste ewig aussetzen na wichtig so und wo sind wir jetzt abgestorben wartet versuche mal kurz mein faden wieder zu finden und ich finde ihn einfach nicht ich denke es ging wir sind hier unten ein bisschen abgestorben in diesem an diesem wenn dann szenario denken im hier unten wäre dann halt tatsächlich wirklich wichtig wenn er unten aus diesem channel rausgeht dann wäre das eine bullische flagge oder ein seitwärts muster ein bullisches trendfortsetzungs muster aber in jedem falle was nach unten aufgebrochen wird und das wird dann noch mal eine trend ein trendwechsel den wir auf wochenebene ja nach oben gerichtet noch haben bestätigen nach unten ein trendwechsel nach unten ja wenn auch hier ein bullisches muster danach unten verlassen wird nachhaltig und der markt sich dann unter diesem channel etabliert na das kann man sich vielleicht auch mal irgendwie so ein zettel mit einem bildschirm machen und dass man da unterhalb von 16.600 dann eben ein bisschen aufmerksamer in richtung süden wird ja dass man da nicht anfängt gravierend oder großartig irgendwie noch lang zu suchen naja ist ganz wichtig aber so ein bisschen puffer auf 5 30 würde ich ihm vielleicht geben für einen schnellen spike oder sowas und dann wieder hier rein und dann hoch zurück ja oben raus denke ich haben wir jetzt erst mal ein bisschen an zu kraft verloren glaube dafür ging die bewegung zu stark zu schnell zurück bleibt aber ruhig bleibt da entspannt am mittwoch einfach weil das volumen noch fehlt weil die marktaktoren alle noch nicht wieder am platz am desk sind und über die großen volumen verfügen und schon voll einsätze gehen können denke ich würde sich einfach seitwärts bewegen zwischen 8 20 und 27 jetzt bisschen zu eng gesteckt da es würde nicht halten können aber vielleicht 6 70 8 20 vielleicht wäre das eine spannende für einen ruhigen handel wenn nicht viel los ist wenn einfach nicht viel volumen zeigt aber auch dadurch dass die amerikaner da so eine fette rote kerze stehen haben also auch gerade am nass tag der hat den hat ja richtig nach unten rausgeblätzt ich würde mal ich würde die channel kann einfach mit im blick haben ich würde glaube ich nicht unbedingt jetzt hier drinnen forten also das würde ich glaube ich nicht machen aber ich würde mir den channelkante genau angucken ich würde auch an der channelkante glaube ich gar nicht traden sondern ich würde mir das wirklich angucken weil das ist für mich so signal geben macht er hier so ein spike nach unten und hält sich im channel und dreht sich von unten hier im channel wieder hoch dann würde ich aktiv werden und dann würde ich versuchen die strecke hoch zu traden oder ich würde aktiv werden wenn er unterm channel sich etabliert und sich zum beispiel von unten dann am channel nach unten abstößt dann würde ich short suchen bis ach sonst wo nach unten also bis gut gut und gerne die 16.000 rein aber ich würde mir das glaube ich bis dahin erstmal angucken weil wie gesagt die tage bis also in der ersten januar woche auch oft einfach so ein bisschen träge noch sind na und es auch passieren kann dass er hier einfach seitwärts ist und ich würde euch dann nicht zu geil machen nicht dass die ersten hier alle short setzen weil sie denken der der untere channel der kommt jetzt hier noch und dann rennt das einfach bloß zur seite ich glaube ich würde mir das wirklich noch klemmen ich mache hier zu durch viel erfolg gutes gelingen und ans morgen wieder bis dahin tschüss